Matthäus-Evangelium Hallo! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute lesen wir mal weiter im Matthäus-Evangelium, nämlich Kapitel 18, die Verse 1 bis 5. Ich werde erst mal vorlesen und danach meine Gedanken dazu sagen. Gott hat andere Maßstäbe. In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes himmlischen Reich? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte. Und er sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie diese Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlischen Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte im Gottes himmlischen Reich. Und wer solch einen Menschen mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Ja, das ist zwar nur ein ganz kurzer Abschnitt, aber ich denke, da ist tatsächlich sehr viel drin. Vor allem, wo Jesus dann sagt, wir sollen sein wie Kinder. Und da ist natürlich die erste Frage, was heißt, sein wie ein Kind? Was heißt es, demütig zu sein wie ein Kind? Und ich habe mir da mal ein paar Gedanken zugemacht und so ein paar Charakteristiken rausgesucht, die ich denke, die Kinder haben, die wir als Nachfolger Jesus in seinem Reich auch haben sollten. Und das allererste ist einfach ein Vertrauen auf Gott. Kinder haben ein Vertrauen auf ihre Eltern. Sie machen sich keine Sorgen um heute, keine Sorgen um morgen, sondern sie vertrauen einfach, dass ihre Eltern alles für sie regeln werden. Ihre Eltern werden sich ums Essen kümmern. Ihre Eltern werden sich darum kümmern, dass das Dach über dem Kopf ist, um alles. Und genauso macht Gott das. Er sorgt für uns jeden Tag. Wir werden immer genug haben. Das ist nämlich unser Heiliger Vater im Himmel, der ja alles erschaffen hat auf der Erde. Und durch ihn werden wir immer genug haben. So, das war der Erste. Und als Zweite hatte ich dann dazu nochmal, ein Kind ist immer demütig und höre auf seine Eltern. Das war erst mal ein Punkt, wo ich so ein bisschen gestutzt habe, weil ich dachte, ja, als Kinder demütig, stimmt das wirklich? Aber dann habe ich mal nachgedacht. Was ist es denn, was Kinder ganz viel machen in ihrem Alltag? Sie hören auf Leute, sie lassen sich von Leuten etwas beibringen. Kinder hören auf ihre Eltern, Kinder hören auf die Erzieher, auf Verwandte, auf Lehrer. Das heißt, sie hören ganz viel zu. Und wenn man zuhört und was lernen will, dann ist das ja eher eine demütige Persönlichkeit, als sei es mal eine arrogante. Und das ist ja bei Kindern ganz viel, weil Kinder müssen die Welt wirklich erleben und kennenlernen. Und das hat am besten, indem sie hören und kopieren, was andere tun. Und das ist für uns natürlich als Nachfolger Jesus genauso. Der beste Weg, um Gottes Königreich zu kommen, Jesus einfach kopieren dem, was er macht und hören auf das heilige Wort, das in der Bibel steht. Wenn wir da wie kleine Kinder werden, können wir da auch so viel draus lernen. Und dann hatte ich noch einen dritten Punkt, wo ich gesehen habe, wie sind wir wie Kinder? Und das war halt einfach volles Herz, voller Alarm, mit 100% dabei sein. Die von euch, die vielleicht Kinder haben oder hatten, wissen das vielleicht, dass ein Kind, wenn es mal was macht, dann macht es das erst mal mit voller Kraft, vollem Inlauen und gibt alles und ist da wirklich auch nicht von abzubringen, sondern beschäftigt sich damit erst mal vollkommen. Das kann zum Beispiel, sei es mal ein kleines Auto sein und da spielt das Kind und spielt und ist wirklich mit ganzem Herzen, mit ganzem Leib und ganzer Seele dabei, das zu machen. Und genau diese Sache wird sogar öfter in der Bibel angesprochen. An einer Stelle steht, dass wir Gott mit allem Herzen, allen Kraft und allem Verstand leben wollen und dass das höher ist als alle anderen Gesetze. Und das ist im Endeffekt dieser Kindercharakteristik, einfach wirklich mit voll 100% dabei zu sein. Genau, das sind die ersten drei, die ich erst mal rausgearbeitet hatte. Das heißt, Gott vollkommen vertrauen, auf das Hören, was er sagt und kopieren, was er sagt und als letztes mit vollem Herzen, mit voller Kraft dabei sein. Genau, das sind die ersten, wo ich sage, dass das wirklich Charakter eines Kindes ist. Und dann war mir noch tatsächlich noch ein Gedanke gekommen. Einmal, dass wir als Kinder einfach Gottes Gnade einfach so annehmen sollen. Weil zum Beispiel ein Kind, wenn die Eltern dem ein Geschenk geben, sei mal Weihnachten oder Geburtstag, ein Kind denkt nicht darüber nach, dass es das irgendwie zurückzahlen muss oder so oder was als Ausgleich geben muss. Das ist ja eher was, was wir als Erwachsene machen, dass wir sagen, okay, du hast mir was gegeben, dann muss ich dir was zurückgeben und wenn ich ihm was zurückgebe, dann muss er mir wieder was geben. Das ist ja oft so ein Denken, was wir haben. Dass immer, wenn was ist, dann muss es zurückgezahlt werden. Und das ist auch oft leider, wo wir dann stolpern bei Jesus, dass wir sagen, Jesus ist für mich gestorben und deswegen muss ich was als Gegenleistung tun. Wir können ja gar keine Gegenleistung bringen, weil Jesus wirklich schon was viel zu heftig ist, was viel zu Gutes für uns getan hat, dass wir nie zurückzahlen könnten. und als ich also gedacht habe, das ist was Kindliches, einfach dieses das Annehmen, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich nichts machen kann. Dass ich einfach sein Kind sein soll und einfach mit ihm eine Beziehung leben soll. Ja, und das war glaube ich jetzt die ganz krasse Punkte, wo wir sagen können, wie kann ich wie ein kleines Kind sein, mit diesen Eigenschaften. und dann Leute, die wirklich mit diesem Gleichen, mit diesem Vertrauen, mit dieser Herzlichkeit zu uns kommen in die Gemeinde, dass wir die auch so aufnehmen und vor allem auch Kinder, dass wenn Kinder kommen, wir die aufnehmen und wirklich einfach führen und so aufnehmen, als ob das Jesus wäre. Weil Jesus sagt ja hier auch, und wer solch einen Menschen mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Genau, und ich denke, das ist unglaublich wichtig, in diese Einschung reinzugehen. Und wie gesagt, auch das Wichtige daran ist, nicht was für einen Rang wir im Himmel haben und wir hier oben stehen oder hier unten, sondern das Wichtige ist einfach, ein Kind zu sein, das zu seinem Vater will. Und das ist glaube ich einfach das, worauf wir uns fokussieren müssen. Genau, ich werde nochmal kurz beten. Ja Gott, ich danke dir einfach für dein heiliges Wort, dass du immer dabei bist, dass du uns immer und jedes Mal voll leitest, dass wir so deine Kinder sein dürfen, dass wir einfach dein Geschenk annehmen dürfen und diese Beziehung mit dir haben dürfen als ein Kind, das einfach beim Vater ist, das sich nicht darum kümmert, was für ein Rang es ist, denn bei dir gibt es keinen Rang. Bei dir gibt es nur Leben mit Jesus, Leben mit dem Heiligen Geist. Und lass uns da wirklich lernen und wachsen und hören und zu Kindern werden, die auf dich hören, Vater, die auf Jesus hören, die auf dich hören, Heiliger Geist. Lass uns wirklich da einfach mehr imitieren, mehr zu dir kommen und deinen Namen groß machen. Amen.